Herzlich Willkommen liebe Clasher bei mir, dem Thorsten Akatoto beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht selber, wir haben mal eine richtige Klatsche gekriegt hier. 77 zu 85, den Gegner haben nur 5 Sterne gefehlt. Und dann hätten sie uns komplett durchgedreiert, also wirklich krass. Und was ihr wahrscheinlich auch noch seht, ich kriege überhaupt keinen Bonus. Liegt daran, dass ich meine beiden Angriffe nicht gemacht habe. Das hatte einfach einen privaten, dummen Umstand. Und ich habe heute Mittag noch mit meinen RH9 Accounts hier die Angriffe gemacht. Habe dann in aller Windeseile Rucksack gepackt etc., Powerbank mit rein, zack, zack, zack. So wie ich das eigentlich sonntags immer mache. Wenn ich noch nicht angegriffen habe, dann muss ich das halt von irgendwo her machen, wo man sich auch gerade aufhält. Und dann war der Tag aber sehr schön und ich hatte dann auch was vergessen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht schaffen wir es ja doch noch bis nach Hause. Aber haben wir dann doch nicht mehr rechtzeitig geschafft, weil man verdattelt sich dann hier und da und fährt dann auch hier rum. Also nach 35 oder 40 Kilometer Fahrradfahren war ich dann auch ganz schön platt, als wir hier ankamen und der CK war dann leider schon vorbei. Also war ein bisschen ein dummer Umstand, aber ihr seht das selber. Ich scrolle schon so ein bisschen hin und her hier und ich habe noch nie gesehen, dass unsere 9er so schnell hier fielen wie in diesem CK. Und was eigentlich richtig krass war, die konnten alle hochgehen. Das heißt also, ihr seht das hier mal als Beispiel. 24 macht 21, 25 macht 22. Ich hatte ja in meinem vorherigen Clash of Clans Video gesagt, der Clan wird eine richtige Nummer hier, gegen den wir spielen müssen. Und ich hatte auch überhaupt nicht Unrecht. Also die haben uns hier sowas von ausgezogen. Das war schon nicht mehr feierlich, sodass wir hier auch im RH9-Bereich, wir haben glaube ich hier, selbst im RH9-Bereich, haben wir noch eine Base offen gehabt. Ich meine gut, wir haben etliche Angriffe, wer eben darauf geachtet hat, nicht gemacht und waren dann eigentlich letztendlich froh, dass hier unten so die ersten RH9 dann gefallen sind. Und wie auch immer muss man sagen, aber hier mussten auch an diese Base hier, das war die drittletzte Base, mussten unsere 10er ran. Die 9er-Bases sind hier wirklich stark und ja, das was man am einfachsten macht, so mache ich es. Also morgen am Mayfire-Tag werde ich diesen Tag vermutlich nutzen und mir ein paar neue RH9-Bases bauen. Denn die waren wirklich knackig hier, ist natürlich auch dann an einer anderen Stelle hilfreich, aber das hier fast komplett 10er, die 9er machen mussten, weil wir 9er haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Ich hatte auch, muss ich dazu sagen, mit meinem RH9-Account gegen diese Bases nicht wirklich ein Konzept. Der Gegner hat das viel, viel besser gemacht, hatte aber auch schon, ihr hattet das auch schon im vorherigen Video gesehen, richtig starke Helden, auch schon im unteren Bereich waren die um die 20, 25, 27, teilweise 30, also richtig krasse Truppe. Und da können wir einfach nicht mit stinken, muss man einfach so sagen. Die Gegner hatten auch 300 zu dem Zeitpunkt, 314 Siege, die kommen ja auch nicht von irgendwo her. Und da waren jetzt auch kaum Bases bei, die irgendwo Engineering waren, das waren vielleicht ein, zwei Stück. Bei denen haben wir uns auch sehr, sehr schwer getan und mussten dann, wie gesagt, auch hier in diesem unteren Bereich hier schon mit dem RH10 ran. Das ist ganz, ganz unüblich, dass das so sein musste. Wir haben eigentlich mal 9 auf 9, 28 auf 26, also auch ein bisschen hochgegangen, da die unteren beiden Bases ja Level oder Rathaus Level 5 Bases waren. Und dann hat ja natürlich der ein oder andere 9er hier doch was gemacht und auch was geschafft, aber wirklich, wirklich gute Bases hier vom Gegner, muss ich mal so sagen. Und ja, die Angriffe waren auch alle sehr gut. Da kamen dann auch gleich wieder auf die Cheaten und so weiter, aber da war auch nichts mit Cheaten, weil so schnell, wie die angegriffen haben, die haben, bin, ich sag mal, der ersten zwei oder drei Stunden, haben die unsere 9er hier komplett zerpflückt, also wirklich komplett, haben schon die ersten 10er hier im Sack gehabt. Da kannst du auch mit X-Mod so schnell kannst du gar nicht, ah, kannst du die Bases gar nicht nachbauen. Gut, das ginge vielleicht noch, aber da war nichts geübt. Wenn man sich die Leute anguckt, ähm, mal im Einzelnen, dann wird man sehr schnell feststellen, dass das, ähm, alles Spieler waren, die echt in hohen Ligen spielen. Also die 11er, da ausschließlich, sag ich mal, fast ausschließlich Legende und wenn du so lange spielst, dann weißt du, wie du anzugreifen hast. Und, ähm, dann, ähm, schaffst du auch drei Sterne auf, ähm, RH 11er und die haben ja etliche RH 11er bei uns, oder was heißt etliche, also sehr, sehr viele bei uns, die drei Sterne. Und hatten dann, waren auch sehr komfortabel aufgestellt, das heißt also, bei denen hat der, ähm, sechste, glaube ich, unseren ersten oder unseren zweiten gemacht und dementsprechend hat der, der erste hat irgendwann mal mich gemacht, ähm, weil er noch seine Angriffe offen hatte und nur noch, ich glaube, zwei 10er Bases offen waren. Ich hatte allerdings immerhin einen verteidigt, das war, war ja auch mal nicht schlecht. Ähm, einen RH 11er verteidigt, habe ich jetzt eben erst in den ganzen Wiederholungen gesehen. Und, ähm, aber auch war sortnapp, der zweite, den konnte ich dann nicht widerstehen, also das war ein ziemlich starker Angriff von dem ersten auf mich. Und, ähm, dann ist der Sieg auch, äh, sicherlich verdient, auch in der Höhe, da konnten wir überhaupt nicht gegen angehen und, ähm, das hat man uns auch ein bisschen angemerkt. Das ist dann auch, ist dann leider so, ja, ähm, dass du, äh, irgendwann, ja, nicht, nicht so, nicht resignierst. Also, wir haben schon sehr, sehr früh zu unseren Leuten gesagt, auch zu unseren unteren Leuten, zu den RH 9ern, ähm, man soll den CK zum Üben nutzen, ja. Zum Üben gegen richtig schwere Bases, klar. Wenn da natürlich drei Sterne rauskommen, wie hier beim Krümel, umso besser. Aber, ähm, er macht das hier mit einem guten, äh, Golaloon, dann, ähm, ist das natürlich super. Der Feind hat, glaube ich, hier alle 9er komplett mit Golaloon gelegt, alle 9er mit Golaloon, also da war nicht ein Angriff bei, der anders war. Und die 10er mussten ja erst recht nicht ran. Die 9er konnten sich dann später schon unsere 10er annehmen, haben da dann schon mal ein, zwei Sterne geholt. Damit hat man Clanburg-Truppen gelockt, ähm, hat dann, hat schon die ersten Sterne eingefahren, klar. Und, ähm, so konnten sich die 11er schön auf unsere 10er dann, ähm, einschießen. Und, ähm, die haben hier auch echt stark kompensiert schon, also, selbst bei offenen Bases hier, wo hier noch keine Angriffe drauf waren, haben die, ähm, Kollegen, äh, von, aus, von, aus den Balearen kamen sie, glaube ich, das ist, ähm, in Weißrussland, glaube ich, oder Balearen, muss ich gleich nochmal nachgucken, ähm, haben die, ähm, relativ schnell kompensiert. Das heißt also, als grobes Beispiel, äh, nur zwei Sterne auf unsere 10, dann wurde da sofort auf die 10 nachgezogen, um erstmal die 10 zu 3 Sterne. Also, das war wirklich schon krass und wenn du so stark bist, dann kannst du dir das auch erlauben. Das muss man fairerweise einfach dazu sagen. Aber hier sehen wir es wieder, hier muss echt unsere 10er auf die 9er Bases auch coole Clanburg-Truppen, kann man auch, ja, denkt man ja einmal mal wieder darüber nach, dass man vielleicht andere Clanburg-Truppen mit zur Verteidigung reinnimmt. Aber, ähm, man hat auch irgendwo so ein bisschen seine, seine Truppen und mal geht's gut und verteidigt die CB auch gut, aber das kann auch mal richtig in die Hose gehen, wo du, ähm, irgendwas da drin hast. Ah, die Tesla Farm ist ja auch krass, meine Herren. Ich glaube, an der bin ich auch gescheitert einmal. Ah, nee, das war eine andere ist, da war das aber sehr, sehr ähnlich. Ja, aber ich habe die Truppen noch ausgebildet von heute Nachmittag und mache damit, denke ich mal, auch den nicht gemachten CK-Angriff dann außerhalb des CKs zum Farmen dann halt zum Üben. Ähm, der Umstand hat mich natürlich jetzt nicht zum King-Gem veranlasst, das werde ich dann im nächsten CK machen. Ich bin also natürlich weiterhin grün geblieben und, weil meine Leute auch wussten, dass es eigentlich unüblich ist, dass ich mit meinen Accounts meine Angriffe nicht mache, ähm, haben die mich auch gleich wieder mit allen mitgenommen. Ähm, so, äh, dass ich, ähm, im nächsten CK, äh, zwar jetzt ein bisschen stärker gefordert bin mit den Accounts, aber das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich glaube, jeden, das sind immer noch 9er, ja, und, ähm, also die gehen auch recht hoch. Das ist, glaube ich, das ist, das ist auch noch ein, na, das ist schon 10er, aber es ist ein 10,5er, ja, den der Lucas hier gemacht hat, ähm, da hat sich dann auch hier bei uns ein 9er ran erstmal ran ausgelassen und, äh, hat sich vielleicht auch täuschen lassen, denn eine Base ohne Infernus ist längst noch kein Opfer, auch, äh, erst recht keine 10er Base, mit, ähm, sehr starken Helden dann auch noch in der Base und, ähm, hier, das ist, das ist ein Ding für einen 10er, würde ich mal so sagen, denn da ist die DEV doch, ähm, extrem stark für eine, für einen RH9, selbst für einen guten RH9 Angreifer, ähm, ist das hier schon sehr, sehr knackig, die Bogenschützentürme auf Maxed Out, ähm, die Tesla habe ich soweit eben gesehen und auch die andere DEV, das Maxed Out, die empfehlen halt nur die Infernus und dementsprechend reichen, reicht die andere DEV sicherlich dazu aus, um hier erstmal etwas zu verteidigen, haben aber auch im Rom-Bereich, also 8 auf 13 ist jetzt mal, ist in Ordnung, ja, das ist eine 10er Base hier für einen 11er, der Hocke mit, ähm, Hexen-Bowler-Kombi, ich habe, äh, kaum Angriffe bisher gesehen, deswegen, äh, muss ich mich auch kurz immer ein bisschen orientieren, wie denn hier angegriffen wurde, aber der, diese Kombination hat auch der Gegner stark im oberen Bereich gemacht und die wussten damit richtig gut, gegen unsere 11er anzugreifen, aber, was macht man dann, man macht es dem Gegner einfach mal nach, indem man seine eigenen Waffen nutzt und, ähm, kommt dann, so wie der Hocke hier, zum akzeptablen Ergebnis von 3 Sternen, aber auch hier wirklich, ich finde, ist auch eine bockschwere RH10-Base und, ähm, ich weiß aber noch nicht, ob ich, äh, ich glaube, mit Thorsten stelle ich erstmal nicht um, ich habe hier zwar wieder 3 kassiert, ja, aber das waren auch wirklich von Maxed Out 11ern, äh, wo ich bisher kassiert habe, also ein 10er war noch nicht dabei, der mich gedreiert hat, ähm, es waren zwar schon welche nah dran, aber es sind halt keine 3 geworden und die, die mich bisher gedreiert haben, waren ausschließlich 11er, das kann ich dann eigentlich so lange durchgehen lassen, bis ich auf den ersten 10er treffe, der meine Base den 3 hat und dann sage ich mir auch, so Thorsten, jetzt reicht es hier mit der CK-Base, die ist ausgelutscht, ähm, jetzt muss was Neues her und dann kann man natürlich solche Bases hier, ich habe sehr, sehr viele Screenshots gemacht von, von dem CK hier auch, ähm, ja mal in Betracht ziehen, das, was man sich dann halt nur, äh, merken muss, wo sind hier Fallen ausgelöst worden und so weiter, dass man sich, also ich mache es immer so, ich mache mir Screenshot, druck mir den gerade aus und, äh, gucke mir den Angriff nochmal an und markiere mir kurz die Punkte, wo denn hier die, die Fallen lagen, beziehungsweise ich drücke es nicht immer aus, sondern mache es dann einfach in Paint oder wo auch immer, ähm, zeichne das gerade ein, speichere das ab und dann habe ich das, habe ich das mit Fallen und mit Tesla, ähm, ist da fix, fix gemacht, sowas. So, was haben wir hier noch? Sieben auf elf, ähm, auch noch Zehner, also ich glaube im Elberbereich haben wir überhaupt keinen Getreihart, müsste ich gleich nochmal nachschauen, ähm, auch Cookie hier schlägt den Gegner mit seinen eigenen Waffen, ähm, was mir eigentlich besonders gut gefallen hat, wir haben ein paar neue dabei, äh, die sich auch gut geschlagen haben, fand ich jetzt, ähm, absolut in Ordnung, der, ähm, unser, äh, kleinster Neuner zur Zeit, ähm, ähm, ist aber auch ein guter Weg, jetzt, äh, Helden zu leveln, ähm, ähm, den hatte ich im letzten Video schon mal angesprochen, hat hier akzeptabel, finde ich, zwei Sterne geholt für sich, ja, das waren so, so Übungsgeschichten, wo der ja natürlich als, ich nenne es mal so kleiner RH9, die Krise kriegst, wenn einem D30er Helden entgegenstehen und, ähm, du da eine Queen hast von 9 und einen König von 9 oder von 10 und musst dann gegen solche Bases kämpfen, das kann man machen, gar keine Frage, wenn man gute Taktiken hat und die Base auch nicht ganz so stark ist, dann schafft man da auch Dreier, aber an der Stelle war nichts zu reißen und, ähm, da brauchten wir uns auch nichts vormachen, der Gegner hier, einfach übermächtig auch für uns, ähm, da ist auch kein Gecheater drin gewesen oder sowas, also das, Leute, könnt ihr euch, denke ich, mal abschminken, das war hier ein ehrlich verdienter Sieg von dem Gegner, aber der Gucki hier, ich sehe es hier gerade mit den drei Sprungen, man sieht die noch im Hintergrund, da ist schon eine coole Taktik und Technik, die die Gegner angewandt haben, ja, und hier im RH11-Bereich haben wir zwar gut angegriffen, ja, also man kann jetzt nicht sagen, wir haben hier scheiße gemacht oder so, sondern, ähm, haben hier schon gut angegriffen, haben halt unsere zwei gemacht, der Gegner hat es halt etwas besser gemacht, hat, ähm, etliche Zehner halt gedreiert, ich glaube, alle Zehner sind gedreiert worden und hat dann noch zwei, drei Elfer mit dazu genommen, äh, mit drei Sternen und dann hast du so ein Ergebnis von 85, 77, was dann schon sehr eindeutig war, an der Stelle, äh, macht nichts, seht ihr noch einen schönen Endangriff jetzt, 11 auf 11, also 1 auf 2, unseren Max hier, und, ähm, nutzt hier Bola Hexen Walkyren, also auch keine schlechte Kombi, an der Stelle, so, ich muss mal eben etwas nachschauen, ja, das sieht noch gut aus, das sieht noch gut aus, ich glaube, heute hat das Bild nicht einmal gezuckt, ich muss mir das Video nachher nochmal angucken, bevor ich es denn, äh, letztendlich rendere und hochschneide, äh, hochlade, aber, ähm, ich, ähm, glaube, ich habe jetzt noch ein bisschen die Einstellung dafür gefunden, dass das nicht mehr vorkommt, oder weniger vorkommt, manchmal sehe ich das auch nicht, weil ich dann auch nicht jetzt, äh, dieses Video geht ja schon relativ lange, und, ähm, ich gucke dann, ähm, manchmal auch nicht mehr ganz, ganz genau hin, ob gerade was zuckt, oder ob es sich irgendwo gezwickelt, aber schöner Angriff eigentlich hier auf die, äh, 2 von Max, und, ähm, jetzt müssen wir eigentlich mal gucken, woran hat es denn hier eigentlich gelegen, weil viel Dev ist nicht mehr da, Queen hat aber nicht mehr ganz so viel Heilung, ah, kriegt aber, äh, aber von, von zwei Dingern dann nochmal Feuer kriegen, ah, das war ganz schön viel, es hat an der Zeit, Zeit, ah, es hat, denke ich mal, an der Zeit gelegen, denn, äh, in den sechs Sekunden ist er hier nicht mehr weitergekommen, und, äh, Queen hätte sicherlich die restlichen Gebäude und die restliche Dev noch gemacht, mit, äh, 30 Sekunden mehr Zeit, hätte er die Fahrradkette, guter CK hier, gut vom Gegner, Hut ab, tolle Truppe, kann man nicht anders sagen, sind wir aber auch, und, ähm, ich hatte ja gesagt, ich mache dann wenigstens einen Angriff mit meiner, ähm, ähm, CK-Armee, die ich mir einfach mal gebaut habe, ähm, das ist so ein bisschen, ich habe einen Golem dabei, ich glaube, ich habe auch noch einen zweiten Golem in meiner Clanburg, und, ähm, mache ich, denke ich mal, einen Go-La-Loon auf eine R10-Base, auch wenn der Murks wird, äh, muss ich auch mal sehen, dass ich hier wenigstens ein Inferno kriege, und einen, und eine Luftabwehr, vielleicht sogar zwei, das muss man mal sehen, ich habe ja keinen King, also so ein King, der kann auch mal den Unterschied machen, der kann auch mal richtig für Wirbel in der Base sorgen, und, ähm, ja, da können wir so einen machen hier, aber wir machen einfach so einen hier, so einen mache ich, äh, der hat für mich ganz angenehme Ressourcen, ich, äh, brauche ein bisschen von, von jedem, und ich brauche auch die Sterne für das, äh, Event der vielen, ähm, Sterne, die man kriegt, oh, okay, äh, von wo können wir hier reingehen, wo ist denn hier eigentlich eine Queen, ah, da hinten ist eine Queen, dann könnten wir hier eigentlich springen, 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 ja, das machen wir auch, das machen wir auch, wir gehen hier rein, nahen los, und müssen jetzt als erstes hier mal die, die Queen, denke ich, mal weg machen, ähm, jetzt habe ich schon wieder so eine ganze Armada Mauerbrecher hier mit, mal gucken, wie weit die denn hier so durchflutschen, die gehen schon ganz gut rein hier, dann kann ich hier sicherlich, äh, meinen Sprung setzen, ja, das ist ein Multi Inferno, das geht für mich gerade noch so, das ist in Ordnung, mal sehen, ob ich, äh, den hier jetzt mal frise, ja, den machen wir einfach mal zu, dann kann die Queen hier jetzt noch ein bisschen weiter gehen, und ich würde sagen, äh, wir kommen von dieser Seite hier, mit unseren Lohns hier rein, schicken hier zwei Hunde rein, aber ich habe vergessen, meine Queen zu zünden, oh, ja, 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 okay, dann haben wir jetzt noch so ein bisschen was, hier im Petto, die können wir hier schon mal reinschicken, auch mit Eilung, und, ähm, jetzt muss ich mal sehen, wo die denn alle so hinfliegen, ja, ah, die müssen da hinten noch zur La, okay, dann, äh, mache ich hier schon mal so ein bisschen weiter, aber jetzt die Hunde tanken an der La, ja, das war jetzt nicht so eine tolle Base, aber ich bin ja auch leicht geschwächt, dadurch, dass ich keinen König habe, und, ähm, nehme mir den Lot auch hier gerne mit, und ich hoffe, das werden hier drei Sterne, denn, äh, eine Minute 23 und fast nur noch Lohns, ah, okay, so ein paar Pappis habe ich auch noch, jetzt ist mir der letzte aber nicht aufgesprungen da, natürlich schade, ist auch eine tote Base hier, naja, mal gucken, ob ich hier alles kriege, wäre natürlich nett, denn so ein bisschen, ähm, an Farmlot, muss ich ja auch immer wieder mal mitnehmen, auch an dunklem, denn, äh, ich farme, äh, ich farme, ich plane unter Umständen eine dunkle Truppe zu machen im Labor, als nächste Forschung, ich glaube, jetzt läuft das Labor noch fünf Tage oder so, ähm, 100.000 brauche ich dafür, das ist natürlich, eigentlich ist easy, und, äh, mal sehen, was ich dort mache, also ich habe irgendwas Dunkles im Sinn, dunkle Truppe oder dunkle Zauber, muss ich mal sehen, für eine Elex-Truppe, ähm, das schaffe ich, glaube ich, in den fünf Tagen nicht, ich spiele noch CK mit, farme im Moment recht, äh, hoch mit teuren Truppen, weil ich diesen vier Sterne Bonus ganz gerne mitnehmen möchte, und, ähm, haben wir hier jetzt noch was, ne, da hinten ist alles kaputt, und die beiden jetzt auch, ja, super, drei Sterne, dann bräuchte ich nur noch zwei, und habe das zweite Mal das Event gemacht, und, äh, der Bonus, ich bin ja ein bisschen höher jetzt, ich bin jetzt schon Kristall 1, ist auch ein bisschen höher, da brauchen wir noch zwei Sterne hier, da kriegen wir, ja, da kriegen wir ganz ordentlich was rein, das reicht für mich vollkommen, und, ähm, nächster CK, voll auf Augenhöhe, zwölf auf zwölf, gegen die Iran Wolfes, und, ähm, unten haben wir einen kleinen Nachteil, haben wir einen Achter, wir haben zwei Achter mit, ja, man glaubt es kaum, wir haben zwei Achter mit, haben wir haben drüben einen Achter, der Rest ist durchwachsen, ist, äh, ganz, ist auf guter Höhe, sehe ich, ähm, für uns, äh, kleinere Vorteile, was Heldenkombis angeht, und, ähm, aber das ist auch erst mal, äh, gewesen, tiefer habe ich hier noch nicht reingeschnuppert, und, mal sehen, was das wird. Wenn euch diese lange Folge gefallen hat, Daumen nach oben, am Ende, nicht vergessen, und ich würde sagen, einen schönen ersten Mai auch gewünscht, ähm, den wünsche ich mir auch, indem ich nämlich wahrscheinlich neue Basis baue, weil so ein schlechtes Wetter wird, und dann sehen wir uns ganz sicher hier bei den True Warriors, in einer neuen Folge, wenn der Toto wieder, flasht. Interessante